Hallo, hier sind wir zu einem weiteren Andi Red 3 Special, nein Spass, zu einem weiteren crack, keine Ahnung, nein Spass, weiter geht's los! Joaaah ist scheiss egal, mit dem 2 Wochen Erfolg, heute zu dritt, Ron Andreas, nein zweieinhalb Ok zweieinhalb, zwei und viertel, das ist ne 14, so. Mit mir, Andreas und mir und mit meinem Minecraft account, mein Spass, mit mon ex! Ohhhh, mit Alex ist auch wieder gebeitet. Ich glaube, Brenton sind nicht gut aussehende böse Seiten. Genau. PS, he is white nigga. Nein. Ich bin nicht mehr nigga als du, ich sehe, was willst du sein. Ja gut, ich meine. Und das von Natur aus, Mann. Wir spielen hier, wie ihr es wirklich seht, Guess It auf dem afanmiele.eu-server. Oh lol, schau das mal an! Das ist ein Schömmel. Ein Schömmel zu fleißig im Pussyformat. Wow, geil. Eine Frauenform, geil. Oh scheisse, ein Beutel! Ja genau! Ich schreibe es erst mal. Nein, ich schreibe es noch nicht. Schätze. Wie soll ich ein Beutel kaufen? Du musst... Wie soll ich das... Boah, mach jetzt einfach einen braunen Bullen. Das ist so ein komisch Ding. Ja. Boah, du bist... Du bist einfach... Ein scheisse Beutel. Ein Beutel. Ein Beutel. Eigentlich könnte es Andi jetzt schön reinschreiben. Nein, ich warte noch. Weisst du es nicht aus, sonst würden wir teamen. Du jetzt nicht regelmässig machen. Mach eine Ausbeutung. Und dann vielleicht so ein schwarzer Ring drum. Was ist das? Okay. Ich will einen Beutel, komm jetzt. Du Andi, ich glaube ich will keinen Beutel machen. Das ist ein Beutel. Du bist ein Beutel. Mach es oben offen. Okay. Und dann mach einen schwarzen Ring rundherum. Anstatt braun. Das ist ein Beutel. Das ist ein Beutel. Das ist ein schwarzer Ring. Das ist ein Beutel. Oh Mann, also. Es geht darum, dass das eine muss bauen, an die andere müssen. Ja. Wie so... Boah. Du bist so ein Lappen. Keine Ahnung. Also. Du willst dich einmal dran mitbauen. Fick dich. Du willst dich einmal dran mitbauen. Und die anderen müssen halt... Das ist Steve Skin. Das ist Steve Skin. Das heißt gleich Recher. Noob. Oi. Nein. Ja, also vielleicht kann ich ja besser bauen als du. Ja, also bis jetzt hätte ich nichts gemacht. Geff. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Schreibt Verliess an. Verliess. Scheiss mit dir eh. Okay, gut. Es hätte schon eine ausgefunden. Was hätte schon eine ausgefunden? Was ist das? Boah. Was ist das? Hä? Was? Jo, ist es weg? Was war das? Jo. Jo, wahrscheinlich. Was ist das? Verliess. Ich habe Verliess geschrieben. Aber nicht mit scharfem S. Was? Scheisse. Du bist das Gayness. Die sind richtig gay. Boah. Scheiss. Was ist denn das? Was ist das? Ich weiss nicht, was mit einem scharfes Essen macht. Geil. Was ist das für eine Scheisse? Das gibt es gar nichts. Du kannst mir Chips essen. Halt deine Schnauze. Okay. Was ist das gewesen? Das ist ja dumm. Jetzt muss ich bauen. Okay. Was ist das? Ich habe es auch gesagt. Nein, ich sage es doch nicht. Der Junge hat es gesagt. Junge, du musst es sagen. Ich muss es umfragen. Ich kann nicht davon, wenn du in der Lappe bist. Andi. 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 Ich weiss, was er macht. Etu den Korps machen. Du kriegst auf jeden Fall einen Punkt. Ich weiss. Ich sage es dir, falls es nicht mehr herausfindet. Treppe. Was ist das? Bist du. Ein Schwert. Das Portrait von dir. Was ist das für ein Scheiss? Alex. Ditto. Hammer. Was? Alex. Axt. Axt. Was ist das? Axt. Es ist eine Lupe. Ja, ich kann es auch sehen. Ich kann es auch sehen. Weisst. Weisst. Andi macht es einfach so in der Luft. Man könnte im Meinen so ein Schwert du hättest es einfach aufbauen oder so ein Vieh machen können. Ich weiss. Ich bin der Barbruch. Ich fahre es in der Luft. Ja. Das ist gut. Der andere ist im Hypnolubwand. Das passt. Hey. Samis. Warum hast du das denn nicht gemacht? Ja. Du Keks. Scheiss Keks. Ich kann zuhause Keks. Grau. Oh. Ja. Es ist gelb. Einfach gelb. Ohne Scheiss. Am besten besser schreibst du auch immer erstmal Wand. Was Wand? Das ist auch immer gut. Wand schreiben. Wand. Dein Arsch. Genau. Pissen du Lacken. Oh ja. Mrs. Oh Mann. Warte ich es nicht. Warte mal. Komm. Mrs. Jörg. German Let's Beauty. German Let's Beauty. German Let's Beauty. Erstmal Screenshot. Screenshot von German Let's Beauty. Oh. Max hat... Max hat damit nicht. Ja. Was ist das für ein Scheiss? So. Jetzt. Sieht es eigentlich auch aus. Sieht es eigentlich auch aus. Sieht es nicht. Wie? Wie? Wie schwarz. Schreib mal ein Schlafbildschänze. Nein. Es ist zu lang. Was ist das? Ah! Ja. Hantel. Ja. Schreib aber zuerst mit einem El. Äh mit zwei El. Ich weiss. Du bist so schlecht. Ich weiss. Hundle. Was ist das? Du bist so Hundle. Hundle Hundle. Das ist ein Hänsel. Hänsel. Ein Hänsel. Ein Hänsel. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Also du bist mir der schlechteste Bauer gewesen. Was ist das jetzt? Gib mir das Sampleiten zum Armut benutzen. Was soll das sie? Ich weiß nicht. Ich schreib die Gegenstandarte. Was ist das? Schreib die Gegenstandarte. Haha, badumchi, h Story. Okay.. Nein. Your Handy! Was Wand. Was Pulver. I don't know. Was nicht? Klug. Was ist das? Sie sollen mal eine schöne Form bauen. Das ist so eine Scheisse. Jetzt muss ich mich wieder rumrollen. Als Segelboot? In einem Boot? Nein. Ähm, müsste man praktisch tauschen. Ikea. Ja, das ist wie Ikea. Du hast die kleine Werbung. Weisst du, damit finanziert sich Ikea für die Werbung mit einem Einkaufs-Servor. Halt mal auf, Mann! Scheiss, ich will nicht drauf. Ja, Scheiss. Was ist das? Ikea, E-Toten kaufen, einfach alles. Ich capture the flag. Sur-Surfer. Sein Ernst? Sein Ernst? Surfer? Ein Surfer? Das ist ein Mensch. Ich glaube, das ist ein Mensch. Ich glaube, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist kein Gegenstand der Ausübung. Vielleicht hat er mal ein Schlürfen geschrieben. Spass. Das ist ein Mensch. Weil für ihn mit einem Bounce sind. Das ist ein Mensch. Und er ist einfach so, dass er es bunt. Ich sehe nicht. Vielleicht habe ich da so eine Schwede, Lupe. Uuuu Es geht gar nicht zweimal als gleiches Genau, Löffel, 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 Löffel Du bist doch ein Scheisse! Es war richtig Stil! Ein Löffel? Ja Ja, jetzt weiss es da und ja Aber du hast doch doch geschrieben Ja, aber da habe ich jetzt auch geschrieben Ich habe direkt gesagt, dass es geil ist Also Ich kann nicht geil noch sagen Du hast den Löffel falsch geschrieben, ganz ehrlich Nein, ich habe es richtig geschrieben Er hat zwei Punkte, die er gefunden hat Er hat zwei Punkte Ich kann 7 Punkte Ah ja Wir werden zu böse, gut aussehende und intelligente Seite Voll, voll, komm jetzt Oh, schau mal, wir sind sensiert worden Loll Ich wollte einfach nicht mal eine Nub schrauben Windblase Was ist das? Was? Hä? Eeee Yes, Strand Ich bin so scheisse in dem Ich bin so scheisse So scheisse Okay, hey Seidwen sieht ein Strand aus wie eine Windblase Geil, Leute! Oh, nicht scherz, was sind das für's? Ja, ich bin Zweiter! Und seit wann ist offener Strand Wasser? Und im Meer ist auch noch Wasser? Ich weiss jetzt nichts für's. Warte doch, ein Sego! Kehrt jetzt aber Lobby zurück. Also, machen wir nochmal! Nein, ich muss jetzt essen. Hast du nicht mehr bekommen? Meine Auswahl ist zweimal reinkommen. Das zweite Mal hat sie mega lustig. Das erste Mal hat sie gesagt. In fünf Minuten... Und dann habe ich mich gemutet. Und dann, vorher ist sie noch, und sie hat mich geschrieben, Essen! Ja, also dann... Dann mache ich einen Cut und... Dann spüren wir. Hallo, hallo! Das sind wir mit der zweiten Folge. Äh, zweite Runde. Das ist schon komisch, wenn man die zweite Runde am nächsten Tag aufnimmt. Das ist das Mal ohne Alex. Okay. Ja? Okay, ja! Was baut der? Ein komischer Pimmel. Ein Pimmel? Segel Schiff. Was ist denn letztlich? Welle! Warte, ich probiere mal eine Welle! Was? Was? Einfach sind eigentlich schon eine Runde. Ja, das ist eigentlich ein Cheater-Team. Komm mal, du mein Team! Noe! Was ist das? Hängematte! Ja genau! Ach, okay, doch! Ich hätte schon gehört, dass ich... Ah! Irgendwann passiert! Ich würde mir das Wort erst sagen, wenn... Wenn, äh, Avilia ist. Monster-Teddy EU! Merkel, wääääh! Scheisse, ich weiss einfach gar nicht, wie ich das heute machen müsste. Ich bin so scheisse in dem. Ja, stimmt. Das ist korrekt. Du bist richtig scheisse. Okay. Ähm... Also, Andi mit dem kommen und nicht... Was ist das? Ja, was soll ich sagen? A cube? Ja, was soll ich sagen? Warte noch. So smooth verpackt. Ah, Geschenk. Ja... Es ist ähnlich wie Geschenk. Aber es ist keins. Pfff... Es ist rund per Porsche. Jo... Wieso... Eigentlich hat er einfach früher gemacht. Das finde ich schon geil. Jo, du bist auch scheisse. Ein Packetei. Ein Packetei, ja. Weisst du nicht wie ein Packet aussieht? Wieso? Fertig. Aber nicht rot. Doch. Nein. Ja, zwei... Ja... 1.5 Uhr habe ich gekriegt. Juhu! Verpiss dich. Was? Gang aus meinem Blickfeld. Ich sehe dich gar nicht abschessig. Ich habe von der Chat... auf dem Fall... auf... 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 endlich gelegt. Was? Ich musste gerade meinen kleinen Boden zusammenschliessen. Was ist das? Haarrahm. Haarrahm. Boah, du Scheisse. Hä? Albanienflage? Nein. Was baute ich? Was? Was? Der Monster X-State ist jura gut. Was? Was? Äh... Keine Ahnung. Haarrazi! Nein. Pokéball. Michael wurde nicht gebunden. Was? Aber es hat nicht gelangt. Boio. Joa, aber es ist doch nicht gerade Pokéball. Ich sage es mir einfach und dann schreibe es dir... ich bin später an. Ich sage es erst... Joa... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was bist du? Äh... Schau mal, was ich in... ...em Chat geschrieben habe. Jetzt müssen wir es eigentlich schon erklären. Joa, ich kann es schon. Ich kann es schon. Obwohl... Leider nicht das erste Mal. Spiethacken. Alter, wenn man das nicht erkennt... Scheiße. Obwohl ich es jetzt schwarz gemacht habe. Ich hätte es jetzt schwarz gemacht. Ich würde noch ein bisschen lasen und ballern. Ha, geil. Weil ich es kann. Memmi, Memmi. Oh Mann, ich bin Vierter jetzt. Hast du das Gefühl? Was, ich auch? Ja. Erstmal bin ich Zweiter geworden. Obwohl... Einfach... Einfach... Einfach viel... Boah, mach mal. Du sollst etwas schneller machen. In seinem Moment gar nicht. Du, Pups. Gut. Waaas? Jo, wahrscheinlich. Das ist doch unfair. Boah, scheiße Funweil, Alter. Jo, wahrscheinlich, oder? Jo, jetzt schiesst da einfach irgendwas hin. Lehm. Ohhhh. Wie lange denn von Pups, um einen Scheiß-Clay-Block auszusuchen? Was? Was? Jo, die Teame. Aber weisst du, das lassen wir in der Aufnahme drin, dann fällt es übrig. Jo, wahrscheinlich. Jo, lass mal irgendwie... Merli, äh, Merli schicken oder so. Was gehört das? Lass mal in Merli schicken. Lass mal in Merli schicken. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Machen wir. Terror Miliz Nummer 1. Komm jetzt, fahr mal ein bisschen. Na, bei mir haben wir auch noch eine Werbung. Fertwunden Media. Was ist das? Das ist? Schweizer Flagge. Ja, genau. Was ist das für ein Geheimnis? Der baut so eine komische Wandeltreppe. Äh. Hä? Hä? Auf Flughafen. Du wirst, du wirst ja behindert den Kopf. Hä? Was? Was ist das? Was ist das? Äh. Das kannst du ja auch noch besser. Was? Jo, scheiß Team. Okay, das ist doch ein Team. Hä? Was ist das? Hä? Okay. Ist er nicht. Äh. Äh. Ah, das ist so eine Minecraft-Rakete. Zeit, wie heißt das? Jo, scheiße, scheiße. Oh, scheiße. Boah. Das ist ja mega lang lang, bis man das erkennt hat. Wie wäre es, wenn man einfach eine Rakete nimmt und dann auf den Boden spämen damit? Ich weiss es nicht. Das ist einfach zu dumm, Alter. Zu dumm. Okay. Okay. Dann würde ich sagen... Boah, das war eine richtig scheisse Runde. Komm, machen wir noch eine. Nein, ja. Der... So typisch Teamer oder mit Teamer haben wir keine Chance. Jo, die Spann ist nicht nochmal Teamer, wahrscheinlich. Weisst, und du willst... Und du willst dich nicht zurückteamen, weisst? Es war nicht too late. Weisst was, weisst was? Machen wir etwas Spontanes und machen eine Runde SG. Okay. Was... Nein! Machen wir es auf PvP. Ah, easy. Was steht ihr der Lab? In der Mitte. Leben in Spontanität. Ah, jetzt rinnt die Arena. Du musst einfach... Machen wir Team. No, Alter. Gibt einfach keinen Schaden. Ich bin beim Heli. Ich kann keine... Du hast auch meine Eisrüstung bei dem läuft. Ich habe keine Minecraft-Sense. Wenn ich die einfach Combo... LOL, Andi, ich helfe dir. Ja, jetzt... Jetzt sterbe ich ihn ab. Okay, doch. Komm, mach mal... Damn! Shop? Du kannst einfach... Du kannst jetzt... Im Ding im Shop. Im Game. Lass den klatschen. Ich bin Eisrüstig. Okay. Oder einen mit Tierschwert. Tierschwert und Eisrüstig. Jungen! Du hast einen in Witzelbl... Ah, nein, den kannst du nicht noch... Ah... Invisible. Komm jetzt da hin. Komm jetzt da hin. Komm jetzt da hin. Ah, da. Da ist er. Komm doch hin, Mann. Andi, bist du tot? Nein. Ich habe drei Herzen. Okay, warte. Warte, ich helfe dir. Ja, bei mir ist gar niemand. So, ey, warte doch einmal. Hallo. Sorry. Was ist denn geil? Nein. Ich habe mir gerade geholfen. Jetzt bist du wieder auf faul. Toll finde ich super. Und dabei hast du auch noch ein paar Kiss und Punkte gegeben. Ah, ja. Okay, stimmt. So schlecht bin ich nicht im PvP, he? Es geht. Ja, ich habe schon wieder angeneckt. Jo, Junge. Ich habe da einfach keine Chance. Jo. Jo. Eisen. Eisen. Alles Eisen. Du Andi, warte. Ich sehe dich auf den Cheater. Hey, du. Juuu. Was? Komm. Ah, sorry. Sorry. Was? Wieso man verliert 10 Punkte an dich? Was soll das? Jo, weil du einfach scheiße bist. Jo, du warst ziemlich dankseh. Jo, du warst ziemlich dankseh. Ja, gut. Ich meine. Wo ist die Wattenrunde? Jo. Ah, das liegt einfach wie die Scheisse. Mit der Mapfen ist doch endlich mal zurecht auf dem Ding. Jo, Teamer. Die haben den gleichen Skin als als Mensch. Oh. Wie soll ich anfangen? Jo. Aber weisst du, was die Skins sind? Nein. Nein. Zwei gleiche Skins. Okay. Einfach. Ich bin vorne. Es ist einfach so viele Teamer. Ich weiss nicht, was sie sind. Oh ja. Kommt an. Ich muss gar noch nicht penetriert. Jo, du kannst dich nicht. Junge. So schwach, so schwach, so schwach. Okay, das ist jetzt die letzte Runde. Lass mal Teamer. Okay. LOL. Team LOL. Witzig. Witzig. Stehen. Schiss. Spastelo. Ja. Du hast zwei Beef. Beef. Im Chat. Ähm, was hat man schon wieder gehabt? Slash Konto oder so. Jo komm, wahrscheinlich versteck dich doch im Wasser drunter. Jo, du musst halt Auge aufmachen. Jo, ich seh ja. Aha, aha. Das ist gut. Andi, I don't see you. Jo. Echtlich auch nicht. Boah, es legt. Gut, ich habe ihn umgemeißelt. Ah, es sind einfach beide gestorben. Jo, warte. Stibitz. Hey, da ist ein Andi. Spannst du. Wo sieht man? Ah. Münzen. 1065. 1.000. Und vielleicht du? Äh. 2.127. Ja komm, lass uns treffen. Ich habe 72 Kills, also Abschüsse und 100 für Tode. Abschüsse? Ja, stimmt. Das sind Kills. Abschüsse. Äh, okay. Oh Scheisse. Oh Scheisse. Okay, hier. Okay, dann beenden wir die Folge. So, hoffentlich hat es euch gefallen. Auch ein bisschen mit... Ähm, ein bisschen... Mit... Jawohl, ich habe einen Steinschwert. Ah! 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 Ein bisschen mit Spontanität verbunden. Dann, wenn es euch gefallen hat, einen positiven Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, tun wir es trotzdem. Ist mir scheissegal. Weil wir sind die beiden Medien. Und dann würde ich sagen, abonniere gerade über Studieren. Bis zum nächsten Mal.